Ich bin Guido Werger und ich bin Gabriel Vetter und wir haben Untitled Goose Game gespielt. Das war ganz lustig. Das sind die Highlights. Bin ich jetzt wirklich einfach live im Fernsehen am Videogames zu spielen? Das ist so. Und bin ein Gans. Super. Margrit und Hans-Ueli aus Nedicke, die jetzt vor dem Fernsehen sind und die Du, also jetzt schreibe ich einen Leserbrief. Das geht doch nicht. Gabriel Vetter, Comedian. Ja. Dann muss ich gar nicht gerade... Oh Scheisse, jetzt muss ich gerade wieder einen Witz machen. Das finde ich auch etwas sehr Schönes an diesem Game. Es ist... Terror, Terror, Terror. Wirf den Rechen in den Teich und schrei. Nein! Wirf den Rechen in den Teich und schrei. The carrot is mine. The hills are alive with the sound of guns. Das ist doch das Beste an dem Game. Es müsste Honky Neck Honk Face heißen. Jetzt! Achtung! Guns and Roses! Take me back to Baird, I say where the grass is green and girls are pretty. Oh won't you please take me home! Nooo! 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 That's right! Deine Stimme, ist eigentlich deine Stimme schon mal Thema gewesen. Du hast eine sehr angenehme Stimme. Du hast so eine ASMR-Stimme. Und dann die ganz, ganz zuletzt rein oder so. Und dann so. Und dann so. Und dann so. Und dann so Lippengeräusche machen. Lippengeräusche? Da nimm die Brille. Deine Brille ist da. Hallo! Double! Das tut mir mega leid. Grüezi, ich hätte gerne ein Panache und eine Creme schneiden. Nicht? Hallo? Häckli dieb. Ja, Häckli dieb. Häckli dieb. Die neue Crocs von der Mutter Claude. Mumu habe ich zweimal gelesen. Ich habe Mumu gar nicht gelesen. Ich habe nur Hörbuch gelesen, aber auf Double Speed, damit es schneller geht. Jacks! Weisst du jetzt ein... Ist jemand rausgekommen? Weisst du? Egal. Ich bin es nur mal Gabriel Vetter. Wenn ihr mehr Let's Play Highlights schauen wollt, da oder da klicken. Oder zum Subscriben. Da.